Ciao. Servus, ich bin total glücklich, dass mich die Selina zur Ice Bucket Challenge nominiert hat. Es passt super, weil Selinze bei mir daheim die letzten Tage total heiß und schnappdrucken war und ich mir eh nichts mehr erwünscht als eine eiskalte Dusche draußen im Garten. Aber ich werde mich nicht lumpen lassen und ich möchte es sogar gescheit durchziehen. Und darum gibt es für die ALS Association von mir 20 Euro, damit das nicht bloß Gaudi für uns ist, sondern auch wirklich einen guten Zweck hat. Darf ich sagen, geht's jetzt los. Okay, das war gut. Ich glaube nicht mehr so heiß. Meine Nominierten sind einmal der Brams Malenbruck, der gerade mit meiner Trainingsgruppe auf Sardinien trainiert. Der Hugo Dallmann in Berlin und außerdem Ansbach-Kollege Canelius Maas, der sich ganz besonders über diese Aufgabe freuen wird. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht und ich freue mich auf eure Videos. Servus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ihr euch auf dem Weg von unserer Beine. Die Beine Linz wird in Berlin. Vielen Dank.